In der Erinnerung erwacht das Unbehagen. Will man Verständnis für das Geschehene, so muss man tiefer hinabsteigen. Dorthin, wo alles angefangen hat. Der Aufruhr ist ein teuflischer Wind, eine schwere Sünde wider Gottes Gebote. Wir werden sie ihr eigenes Blut schmecken lassen. Der Aufruhr ist ein teuflischer Wind. Der Aufruhr ist ein teuflischer Wind. Wir haben eine schwere Sünde für die Sünde. In der Erinnerung von Skaver. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020